Polyklet war einer der bedeutendsten griechischen Bildhauer der griechischen Antike. Seine Hauptschärfenszeit umfasst die Jahre von etwa 460 v. chr. bis 420 v. chr., in denen er zahlreiche Bronzestatuen schuf, die noch Jahrhunderte nach seinem Tod gerühmt wurden. Von seinem Werk sind keine Originale erhalten, lediglich in Olympia wurden zwei Basen polykletischer Statuen gefunden, ohne dass man sagen kann. Polyklet selbst habe an diese Basenhand angelegt. Er verfasste eine theoretische Schrift, in der späteren Literatur Kanon genannt, in der er die idealen Maßverhältnisse des menschlichen Körpers beschrieb. Bereits die Antike sah in der von ihm geschaffenen Statue eines Speerträgers, des Doryphoreros, die praktische Umsetzung seiner theoretischen Forderungen und übertrug den Namen seiner Schrift auf die Statue als Verkörperung des Kanon. Leben Die Herkunft Polykletz ist umstritten. Während Platon ihn in seinem Dialog Protagoras einen Agiver nennt, stammte er nach Plinius aus Sikion. In Agus ging er bei dem berühmten Bildhauer Hageladas in die Lehre. Auch scheint sein weiteres Wirken an Agus gebunden gewesen zu sein, er selbst agivisches Bürgerrecht besessen zu haben. Seine Söhne, aber auch weitere seiner Schüler werden in Schriftquellen Agiver genannt. Ob in all diesen Fällen immer die Herkunft gemeint war, ist ungewiss. Seine Söhne waren Altersgenossen von Parallos und Xantipos, den Söhnen des Perikles, seiner Atmee, der Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Wird von Plinius in die 90. Olympiade, also um das Jahr 420 v. chr, datiert. Um diese Zeit schuf er das Gold-Helfenbeinbildnis der Herr A. im Heren von Agus, das nach einem Brand im Jahre 423 v. chr, von Grund auf neu errichtet werden musste. Daher wird Polyklet ein etwas jüngerer Zeitgenosse des Phidias gewesen und um 480 v. chr, geboren worden sein. Da die schriftliche Überlieferung nach der Heer A. von Agus keine weiteren Werke kennt, wird er gegen Ende des 5. jahrhunderts v. chr, gestorben sein. Er hinterließ zahlreiche Schüler, zu denen auch seine Söhne gehörten. Allein Plinius zählt folgende auf. Argeus, also Podoros, Alexius, Aristides, Phrynon, Deinen, Athenor, Doros, Demias und nennt es weiteren Daidalos, Nauki, Descolots und Patroklos. Weitere Namen lassen sich bei Pausaniasch entnehmen. Die Relation der genannten Nachfahren zu Polyklet ist nicht sicher zu bestimmen. Die jüngeren unter dem Namen Polyklet überlieferten Bildhauer sind eher seiner Enkelgeneration zuzuweisen. Das Wirken seiner Söhne selbst ist nicht zu greifen, auch wenn sie laut Platon das Handwerk ihres Vaters ergriffen hatten. Literarische Überlieferung Die literarische Überlieferung zu Polyklet setzt bereits wenige Jahrzehnte nach seinem Tod ein. In Platons etwa um 388, 87 v. chr, entstanden im Dialog Protagoras, werden Polyklet und seine Kunst als etwas Konkretes und Erlernbares, für deren Lehre Geld auszugeben vernünftig sei, dem Unterricht eines Sophisten gegenübergestellt. Auch Xenophon greift in seinen Memorabilien, den Erinnerungen an Sokrates, beispielhaft auf Polyklet zurück und stellt dessen Wirken dem Wirken der Götter gegenüber. Wirkung ist auch für Aristoteles Anlass, den Namen Polyklets anzuführen, den er als Beispiel akzidenteller Ursachen nennt. Polyklets als Verursacher einer Statue ein Zusammenhang, den Seneca unter Nennung zweier Statuen Polyklets wieder aufgreifen wird. In der nikomachischen Ethik schließlich nennt Aristoteles Polyklets als Beispiel für philosophische Weisheit im Bereich des praktischen Könnens. Mit Einsätzen der römischen Kunstgelehrsamkeit ab der Späten Republik taucht der Name Polyklets als Vertreter der Epoche größten Kunstschaffens immer, häufiger auf, etwa beim Aucto et Herenium, oftmals bei Cicero. Zunehmend wird Polyklets neben anderen als Vorbild oder als Beweis des Niedergangs der Kunst in der eigenen Zeit angeführt. Seine Werke werden in kunsthistorischen Abrissen, in geografischen Werken und in Reisebeschreibungen aufgelistet. Als witzig gelehrtes Versatzstück wird die Kennerschaft des polykletischen Werkes in Martialsepigrammen und Juven als Satiren mehrfach eingesetzt. Schließlich wird ab dem 2. Jahrhundert in CHR das einstige Ideal selbst ins komisch-satirische gezogen. Etwa wenn Lukian den Kyniker-Proteus mit Polyklets-Doryphoros vergleicht oder den Künstler auf den Banausen, den mit seinen Händen arbeitenden Menschen, reduziert. Mehrfach erwähnt Galenis Polyklet insbesondere dessen theoretisches Werk. Der zeitliche Abstand allerdings wird deutlich, wenn er schreibt. Irgendwo wird auch ein Standbild Polyklets gelobt, das den Namen Kanon trägt. Und gänzlich anekdotisch wird Polyklet bei Aelianos dargestellt. Der Polyklet zwei Statuen herstellen ließ. Eine zur Freude der Masse, die andere nach den Gesetzen der Kunst. Bei jener griff er jeden Änderungswunsch, der ihm angetragen wurde, auf und endete die Statue entsprechend. Bei dieser schöpfte er rein aus seinem Können und Wissen. Als er beide Statuen der Masse präsentierte, wurde die nach den Wünschen der Masse gestaltete Verlacht, die andere aber gelobt. Worauf er der Masse zurief, die, die sie verspotteten, hätten sie selbst gemacht, die andere aber, die sie loben würden, er habe er gemacht. Aelian folgt hier anscheinend einem Topos von Künstleranekdoten, der sich ähnlich auch bei Lukian zur Seuss-Statue des Phidias findet. In byzantinischer Zeit war das Wissen über Polyklet dann arg verunklärt und für Johannes Tetzes war er ein Plastiker und Maler. Unter dessen zahlreichen Werken zwei hervorstechen würden, von denen man das eine als Kanon der Malerei, das andere als Kanon der Bildhauerkunst bezeichne. Werk Das künstlerische Werk Polykletz lässt sich zunächst recht eindrucksvoll in der antiken schriftlichen Überlieferung erschließen. Sicher mit dem Bildhauer des 5. Jahrhunderts v. Ch. R. Verbinden lässt sich demnach das Herrebildnis im Heren von Argus, der Doryphoros, ein Diadomenes, ein Apoxio-Menus, ein Nackter, der mit ganzer Sohle schreitet, zwei Würfelspielende Knaben, Astragalizonten genannt, ein Hermes, der früher in Lysi-Mach-Eier war, ein Herakles, ein Feldherr, der zu den Waffen greift, sowie die Statue eines Atemon-Peripherits. Des Weiteren schuf er im Rahmen des berühmten Künstlerwettbewerbs an Amazone für Ephesos. Darüber hinaus erwähnt Pausaniasch eine ganze Reihe von Statuen olympischer Sieger, die er Werke eines Polyklit nennt, ohne dass Gewissheit zu erlangen ist, welche hiervon tatsächlich aus der Hand des großen Polyklit, welche aus der Hand seiner Nachfahren stammen. Sicher mit Polyklit zu verbinden ist die unsignierte Statuenbasis des Kyniskosaus-Mantinäer in Olympia. Die Pausaniasch als Werk Polyklitz ausweist und deren Buchstabenform auf eine Entstehung um 460 v. chr. schließen lässt. Die Statue war aus Brosse und Wies nach ihren Einlassspuren zu schließen, bereits die getrennte Stellung von Stand und Spielbein auf, die für Werke Polyklitz kennzeichnend ist. Die Statuenbasis ist das einzige originäre Zeugnis polyklitischen Kunstschaffens. Münzabbildungen der Herr A. von Augusti teils nur den Kopf, teils das gesamte Sitzbild wiedergeben, lassen keine weiteren Schlüsse auf seine Arbeit zu. Polyklit war Erzgießer und schuf überwiegend Bronze Statuen, die allesamt verloren sind. Im reichen Denkmälerbestand römischer Marmorkopien nach griechischen Vorbildern konnten jedoch sechs Statuentypen mehr oder weniger sicher identifiziert werden, die mit dem Werk Polyklitz zu verbinden sind. Der Doryphoros, der Diadomenes, ein Diskophoros, der Hermes, der Herakles und die Amazone. Nur sechs Werke, aber angesichts der Tatsache, dass die Herstellung einer einzigen lebensgroßen Bronze im 5. Jahrhundert v. chr. gut zwei Jahre in Anspruch nahm, liegen somit Zeugnisse eines nicht geringen Teils polyklitischen Kunstschaffens vor. Es überwiegen die männlichen Gestalten, was sich mit der schriftlichen Überlieferung deckt. Und abgesehen von der Hera, dem Hermes und dem Herakles war sein Thema der Mensch, weswegen er der Antike bereits der Nü-Delta-Rho-Iota-Alpha-Nü-A-Omikon-Pi-Omikon-Iota-Omikon-Sigma. Der Menschenbildner war, während Phidias Praxiteles und Skopas als Gamma-Alpha-Lambda-Mü-Alpha-A-Omikon-Pi-Omikon-Iota-Omikon-Sigma-Götterbildner galten. Polyklets Statuentypen zeigen die menschliche Figur im klassischen Kontrapost schreitend oder stehend. Bekannte Statuen Polyklets, die auf dem gestalterischen Prinzip des Kontraposts beruhen, sind etwa der Diadomenes sowie der Herakles. Wohl auch der Hermes, während der Diskopos des Polykle das durchgearbeitete Motiv des klassischen Kontraposts, die sich in der Ponderation des Körperaufbau durchziehende Unterscheidung von Stand und Spielbein vermissen lässt. Das Motiv weisen nicht nur männliche Figuren auf, sondern es tritt ausgeprägt auch bei einem antiken Amazonentypos auf. Plinius berichtet von einem Wettbewerb der berühmtesten Bildhauer klassischer Zeit, an dem außer Polyklets noch Phidias, Kressilas und Fredmon teilgenommen haben. Polyklets soll bei diesem Wettbewerb mit seiner Statue der Amazone als Sieger hervorgegangen sein. Unter den erhaltenen Typen der verwundeten Amazone, die auf den Wettkampf zurückgehen, die Amazonen vom Typ Susiklis, Matai und Sire, ist vermutlich die Amazone vom Typ Sire dem Polyklets zuzuweisen. Polyklets verfasste eine theoretische, Kanon genannte Schrift, in der er die idealen Maßverhältnisse des menschlichen Körpers, aber auch praktisches aus dem Handwerksbetrieb beschrieb. Er ist somit der älteste uns bekannte Kunsttheoretiker. Die Schrift ist nur durch Erwähnungen und wenige, kurze Zitate bei Autoren vor allem römischer Zeit bekannt. Neben zahlreichen Kopien und Repliken seiner Werke in Originalgröße oder in Statuettenform gab es auch schon in der Antike eklektische Umformungen. Hauptsächlich bei Kleinbrosen, die durch Hinzufügung oder Entfernen bestimmter Merkmale zu einer inhaltlichen Sinnänderung der Figuren führen. Entdeckungsgeschichte, Grundzüge und Besonderheiten des polykletischen Stils waren schon in der Antike erkannt und schriftlich fixiert. Plinius überliefert und stützt sich hierbei wohl auf das Urteil des Xenokrates aus Athen, einem Bildhauer des 3. Jahrhunderts v. C.H.R. und Verfasser mehrerer Schriften über Kunst, Toreutik und Malerei. Polykletz-Statuen stünden auf einem beim Wehren von gedrungener Proportion. Sie gingen, wie Varro sagt, alle auf ein einziges Modell zurück. Diese Angaben in Kombination mit den motivischen Informationen zum Werk Polykletz ließen bereits Johann Joachim Winkelmann den Diadomenes im antiken Denkmälerbestand identifizieren. Obgleich er sich hierbei zunächst auf den Grabhalter des Tiberius Octavius Diadomenus stützte, der in Anspielung auf seinen Namen einen sich die Tenja umbindenden zeigt. Als polykletische Statue glaubt er den mittlerweile als Umbildung eingestuften Anatomenes Pharnese erkennen zu können. Dreimal wird der Diadomenes des Polyklet in der antiken Literatur erwähnt, zweimal davon in Kombination mit dem Doryphoreros. Im Rang stand er diesen nicht nach, sogar sein Wert wird mitgeteilt. Astronomische 100 Talente Zahlreiche römische Kopien des Diadomenes sind erhalten, sodass eine ungefähre Vorstellung vom Original zu erschließen ist. Drei dieser Kopien wurden zusammen mit Kopien des Doryphoreros gefunden. Doch dauerte es 100 Jahre, bis nach der Identifizierung des Diadomenes durch Winkelmann auch der Doryphoreros erkannt wurde. Karl Friederichs veröffentlichte 1862-63 erstmals die Zuweisung eines längst bekannten Statuentyps an den Doryphoreros des Polyklet. Damit war der Bann gebrochen und Adolf Furtwängler ordnete in seinen Meisterwerken der griechischen Plastik viele weitere Statuen und Kopftypen dem Werk Polyklets und seiner Schule zu. Zwar wurden viele auch wieder aussortiert, aber beispielsweise die Identifizierungen des Hermes und des Herakles haben Bestand. Das zunehmend differenzierte Bild von der Stilentwicklung klassischer Kunst im 5. Jahrhundert v. C.H.R. erlaubte schließlich in den 1920er Jahren die Zuweisung eines weiteren Statuentyps an das Werk Polyklets. Des Deskopos, in dem man möglicherweise den Nudus Talo Incessens, der mit ganzer Sohle schreitet, des Plinius erkennen kann. Umstritten ist bis heute die Zuweisung der polykletischen Amazone. Furtwängler erkannte in der Amazone vom Typ Sayre das Werk Polyklets. Doch zeigte Botocke er die nahe Verwandtschaft in der Haarbildung der Amazone des Sosikles zu Haargestaltungen Polyklets auf. Diese Einschätzung setzte sich gestützt durch immer neue Argumente ab dem zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts zunehmend durch. Gewichtige Gründe brachten in den letzten Jahrzehnten allerdings wieder den Typus Sayre in den Fokus der Überlegungen. Der Kanon Eine schriftliche Abhandlung Polyklets namens Kanon wird einzig bei Galen im 2. Jahrhundert in C.H.R. erwähnt. Ältere Hinweise finden sich allerdings bereits im 3. Jahrhundert v. C.H.R., bei Philon von Byzanz und bei Plutarch um 100 n. C.H.R. Der Kanon des Polyklets enthielt demnach allgemeine Aussagen zum Produktionsprozess zu seiner Praxis und den theoretischen Grundlagen. In seinen speziell den künstlerischen Problemen gewidmeten Partien äußerte er sich aber zu Fragen der Symmetria und ihren Berechnungsgrundlagen. Als Handbuch des Bildhauers stand es durchaus in der Tradition Ach-Ascher-Werkstatt-Bücher. Als Werk eines Künstler-Individuums war der Kanon aber etwas Neues und führte mit Polyklets erstmals ein Kunsttheoretiker in den Kreis der Prosa, schreibenden intellektuellen Philosophen, Sophisten und Ärzte ein. Mit seinem Kanon aber schrieb Polyklets ein Werk, das noch Jahrhunderte später von Philosophen und Ärzten zitiert wurde. Wollten sie die Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Aussagen untermauern? Beim Versuch das Werk aus Polyklets statuarischen Überlieferung zu rekonstruieren, ergeben sich methodische Probleme aus den Angaben bei Galen. Aus der materiellen Überlieferungslage, die nur römische und untereinander immer leicht abweichende Kopien kennt. Und aus der Festlegung der Mess- und Bezugspunkte. Schließlich ist auch das von Polyklets verwandte Maßsystem zunächst einmal unbekannt. Als Maßeinheit wird für das Werk Polyklets aufgrund seiner Herkunft und seiner Zeitstellung das feidonische Maßsystem mit einer Fußlänge von 32 und 2 Drittel Zentimeter angenommen. Als statuarische Umsetzung des Kanon setzt man allgemein den Doryphoros voraus, der in seiner Neapeler Fassung eine ponderierte Höhe von 98 Fingern, eine unponderierte Höhe von 100 Fingern und im Bereich des maximalen Ponderationsgefälles eine Höhe von 96 Fingern hatte. Die sich ergebenden unterschiedlichen Maßverhältnisse wurden über Kreuz an der Statue angewandt. In Zahlen greifbar wird dadurch der bereits ohne Vermessung erkannte chiastische Aufbau des Doryphoros. Erste Ansätze, wie Polyklet am Entwurf arbeitete, zeichnen sich ab. Detailliertere Kenntnisse für das schriftliche und statuarische Werk namens Kanon konnten bislang jedoch nicht erschlossen werden.